Moin Leute und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Channel 4 Order Let's Play. Wir sind weiterhin auf Zeffo unterwegs natürlich. Ja genau das soll zu hacken, hast du recht BD1? Das soll er natürlich hacken. Was machst du? Wait... Willst du auch hacken? Oh! Was geht denn jetzt ab? Oh! Warum ist die schon gelootet? Ich sehe dich! Wie parier ich das nochmal? Ich hab's irgendwie gerade vergessen, hä? Wie hab ich das denn geschockt? Ich weiß es gerade leider nicht mehr. Ich weiß es gerade leider nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Er kommt mir richtig vor wenn ich hier durch muss. 2 Er hat einen von uns erwischt! Hier fangt man letztes mal ja nicht her, ok. Scheint da nur richtig. Irgendwo gerendert das Game heute schlecht. Als ob das aber auch immer so zufällig gebaut wurde, dass man da her kann. Wer baut das so? Warte, wir haben ja unten überhaupt was dran gebaut. Ähm. Treff mich doch nicht! Renn lieber Sturmtruppler! Wann? Ach, hier rum doch L1. Komm! Wie es geht, wenn ich? Wie könnte diese geheimen Fischer immer wieder in unserem Bereich eintreten? Die Stellung halten, wenn alle von denen auf die Zustand? Die haben, Hannah, nur einen Blaster. Du kannst auch sie schießen! So, und können nicht erlernen? Da, lass dich nächstes mal einfach nicht runterkriegen. Führigkeit haben wir noch nicht. Noch einer von euch. WTF? WTF? Wie soll ich denn kämpfen? Sind wir da? Ja, scheint so. Na, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Hier nochmal schnell auf Fähigkeiten bauen. Das sind eh alle zwei. Den meisten meine ich. Jetzt halt mit allen. Da ist schon ein bisschen übertrieben eigentlich. Da ist ein Dings. Ja. 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 Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich gern geschehen kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also wir sehen uns. Ja. 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 Cannot, man kann hier. Ja. Ja. Ich bin sympathisch。 Ja man konnte hier rein. Komm. Achso, egal auf welchen Speicher Schamon ist, wenn man es schon einmal gesucht hat, reicht das? Ah, jetzt verstehe ich. Scheiß Selbstmordattentäter. Okay, so we'll name that skull. Das ist eine Klonrüstung. Hm. Ich bin jetzt nicht gesprungen, richtig. Ich. Ja, es ist ein großes Schiff. WD-1. Warum ist das hier so leer? Das ist doch schon wieder komisch was hier abgeht. Hier ist so leer. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl, tief unten im Bauch. Jetzt habe ich Grease Kochkunst den Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Einfach mit den Fronten. Das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Ein Bohrer. Alter, du sollst hier hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei. Alter. Mobbing. Was? Schafen verursachen. Oh Gott. Ahs. Oh Gott. Keine Ahnung, bei der K余s. Oh Gott. Gibt es irgendeine Verbesserung? Upgrade! Nice! Mit dem Motor musst du es gehen. Wie ist das denn? Wie ist die Seilrutsche? Schon eine Seilrutschenfunktion. Es muss dein Weg zum Grab sein. Jetzt ist der OP, ach so. Wissen wir, dass wir die 1 jetzt könnte? Wir können jetzt aufwärts eine Seilrutsche. Ja, aber es ist schwer zu triggern. Ja, ich würde sagen, Seilrutsche sind wir doch schlimm. Genau das haben wir gebraucht. Was drücke ich hier? Ich glaube, ich bin fertig. Dafür wurden wir nicht ausgewählt. Ich bin an ihm dran. Ich will hier nicht sterben. Du bist nicht gestorben oder bist brutal runtergeschossen. Ah ja, diese Aufzüge, die ja nur auf einer Seite funktionieren. Äh. Das ist doch der Weg zurück. Wie kommt jetzt irgendjemand? So, mal Seite. Also. Da. WTF. Was ist das? Dann ist es fast. Sofort weg weg. Feuer frei. Sofort weg, ja. Sofort weg, ja. Jetzt eine Abkürzung. Oh. Jetzt eine Abkürzung. Wo ist das Ding denn hier reingekommen? Sind die auf einer dieser Höhlen gestoßen oder was? Tod Ich wollte schon sagen, als ob man die nicht parkieren kann So Niemand? Oh, ein bisschen Echo, das hören wir uns eben an Was ist das denn? Werkzeug Arbeiter sollten Relikte finden Aber Äh Wenn ich jetzt hier runterspringe, stehe ich dann an einen Fall schon? Da können wir nicht her, wir müssen ja Ich hab Theorie Ich hab Theorie Liebe Bewertung da lasst Falls ihr noch nicht abonniert auf diesem Kanal seid Würde es mich ebenfalls freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert Dann werdet ihr für weitere Videos dieses Let's Plays oder anderen Videos generell oder Livestreams benachrichtigt Und dann sage ich Tschüss Ich hab's Ich hab's Also Ich hab's Segen Ich hab's Ich hab's